... sauber, also da kann man nicht meckern, das ist, das Digitale ist schon eine feine Sache. Manche sagen, das ist kein Amateurfunk, in dem Sinne eigentlich nicht, aber es ist schön. Es ist sauber und mir gefällt es persönlich, ich bin da jetzt auch ein bisschen an Newcomer in dieser Sache. Und also muss ich mich damit ein bisschen auseinandersetzen, aber es gefällt mir, es ist gut. Und das soll auch so bleiben. Also, in diesem Sinne kriege ich es dir, es geht sehr gut. Gute Modulat. Ich glaube, Kaufbeuren, weil dein Heim gut dir hat. Und dann sage ich 73, einen schönen Samstag noch nach Bayern runter. 73 zu dir, genau. Nee, bin ich schon Amateurfunk, sehe ich ein bisschen anders. Ich bin da noch nicht so alt und auch nicht so ein guter Alter, OM, also ich finde das sehr gut, diese digitalen Systeme, das kann man davon machen. Diese 73, auch an alle zuhörenden Stationen und an der DMR. Ist ja, ich finde das auch ganz toll. In der ganzen Welt praktisch. Kann man da herumfunken von Amerika bis nach Australien. Was man halt so will und so könnte. Also, es ist schon eine ganz feine Sache. Das muss ich echt zugeben. Also, 73, mach's gut. Die war Delta Oscar 1, Alpha Zulu, Charlie Potable. Ja, 73 zu dir, aber dein Heim gut ja war auf Beuren, das war richtig, ne? Im Allgäu, ne? Im Allgäu. Weißt du wahrscheinlich, wo das liegt. Ja, gut, vom Landsberg so 30 Kilometer. Emten im Allgäu, das ist ein bisschen an die österreichischen Grenze. Da haben wir so 50 Kilometer. Also, das ist schon gut gelegen, die Berge in der Nähe. Also, besser geht's nicht. Also, Christian, mach's gut. 73 von Delta Oscar 1, Alpha Zulu, Charlie Potable. Schienes Wochenende noch. Ja, ich war da schon bei euch in der Gegend. Ich war da mal an dem wunderschönen Bodensee. Das grenzte irgendwie dran, ne? Und wo es hängt ist und so weiter, ist ja wunderbar bei euch auch, ne? 73. Die Sonne aber zieht sich langsam ein bisschen zu. von den Werken. Aber, wie gesagt, es geht immer noch. Warme ist es auch schön. Du, Rainer, ich hab nicht mitgekommen, wo dein Gute Haar ist, bitte. Sag mir mal dein Gute Haar von Mutti in Bayern, was da im Display steht. Nürnberg. Sozusagen Nürnberg. Hi. Ja, Nürnberg ist das Gute Haar. Und ich steig da ein, auch über Nürnberger Repeater, NLP, Audeo, Nachricht, ich weiß gar nicht. Es ist besser, dass ihr über F.O.L.E. kommt. Okay. Let me see. Flowery Branch. Flowery Branch. Und da, du kannst du find SKF. Du siehst. So, ich habe ein paar Freunde da. Und wir travelen hier zwischen Sweden und Flowery Branch. Very, very often, du siehst. So, das hat mir gearbeitet, für 45 Jahre. 45 Jahre, ich habe in der Unternehmen gearbeitet, und ich bin immer noch da. So, ja, es ist ein langes Zeitpunkt da, jetzt. Ja, Roger, Arch. So, ja, es war wirklich toll, dass du da von Tennessee heute hierher见. So, wir kommen wieder zu Ihnen, KD4, Kilo Golf November, Sugar Mike 6, KOT. Okay. Call sign KM4VO, or KD4 K, uh, VO, KD4, K, let's see, KD4, um, K, I was trying to remember, KM4VI, I can't remember what it was, what was it? Uh, Mr. Mark, it's a Kilo Juliet 4 VO, KG4 VO, Kilo Juliet 4 VO. I can't remember, because I hadn't talked to him so long, or hadn't, so, uh, but yeah, we're, uh, in Mississippi right now. We're having fairly good weather, a little cool, let's see, outside temperature is 31 Fahrenheit, and, uh, sunshine, blue skies, couldn't ask for better. We had a lot of rain in the last two or three weeks, but now it's starting to, uh, get better. So, um, I hope you're doing well, and, uh, enjoy radio like all of us do. It doesn't matter whether it's CW, or 2-meter, or, uh, AGF, or, uh, Packet, or whatever it is, or D-Star. You know, we all enjoy radio, and that's the main thing, is that we, you know, we just enjoy radio. Back to you. Yeah, yeah, nice to hear, and, uh, the weather starts to be better in, in Tennessee also there. I believe you're going for the springtime on a couple of weeks, and we do the same over here, and it should be nice, because I don't like the winter, you see. The winter and the, and the darkness is, uh, not so good. So, it's much better now when we're going for the spring and summer once again, you see. So, we certainly hope we should have, uh, looking forward to a very beautiful time of the year. Yeah, Roger, Roger, and, uh, You also said, uh, all the same about the, the WX in Tennessee there, and, yeah, and the radio. Yeah, I am no longer on the HF. I don't use any HF radio anymore, because when I live, it's, uh, very, very difficult to put up antennas for the HF today. So, I prefer to, to stay here with my small stuff, with my, uh, small, uh, mobile antennas to my, uh, 2-meter and 70-centimeter rigs, and, uh, and the radius. And so, I have my own, uh, hotspots here also there, as I can use for, for D-Star and, uh, DMR, you see. So, you only find me here on the D-Star and, uh, DMR today, they're arch. No longer on the HF. Yeah, Roger, Roger. And, uh, I am very satisfied to use that, uh, stuff also there, because I can keep it up with my friends.